Überall in den Kommentaren bei mir und bei Maxi auch steht immer, Maxi ist der bessere Sniper, Fix ist der bessere Sniper. Ich werde auf der Gamescom angesprochen, die Leute sagen zu mir, Fix, du bist eindeutig der bessere Sniper wie Maxi. Und Maxi wird angesprochen und ihr schiebt alle Fitna. Deswegen sind wir heute hier und machen... Fitna? Weißt du nicht, was Fitna ist? Nein, kenn ich nicht. Ist so ein bisschen Verräter-mäßig. Die sticheln bei dir, sticheln bei mir, dass wir gegenseitig einen Streit haben, weißt du? Und die sagen immer gegenseitig, der ist der bessere Sniper, der ist der bessere Sniper. Und heute ist es endlich soweit. Wir machen ein kleines 1 vs. 1 Sniper-Battle hier auf dieser Piraten-Sniper-Map. Bist du bereit, Maxi? Ich bin bereit, ja. Wir haben drei Waffen und wer mehr gewinnt einfach aus 13 Runden. Bist du bereit? Ich glaube, was ist, wenn man runterfährt von der Map hier? Dann bist du tot. Echt? Kriegt man einen Minuspunkt? Ja, dann habe ich halt die Runde gewonnen. Achso, so ist das also. Ja, ja, so ist das. Oh mein Gott, wie du schon Auge machst, ne? Hä? Ja? Natürlich, natürlich. Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer ihr glaubt, gewinnt dieses Sniper-Battle. Jetzt, bevor ihr es fertig angeschaut habt. Und lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr gar keine Videos mehr verpasst. Wo versteckst du dich, du kleine Ratte? Bro, ich laufe hier richtig offen rum. Bist du auf deiner Seite noch vom Boot? Ja, ich bin hier unten. Ach, da bist du. Boah. Bro, hä? Die Sniper trifft nicht. Bro. Was machst du? Treff doch mal. Treff du doch. Ich will das du gewinnen. Ich habe schon mein Sniper-Turnier geworden, letztens. Ja, dein Sniper-Turnier. Weißt du, das war mit komischen Regeln. Warst du denn, großer? Kannst dich auch nur hinter dem Weg verstecken, ne? Warst du denn, großer? Ah, juhu. Bro, dann lass mich in Ruhe, bitte. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Bin versteckt. Weißt du, wo ich bin? Ja, ich weiß, wo du bist. Scheiße, ich weiß nicht, wo du bist. Soll ich dir zeigen, wo du bist? Ja, mach. Hä? Wo bist du? Da bin ich gar nicht. Ja, ja, ja. Du hast voll den Englisch geschossen. Oh. Ich habe einen Hitkatz hier jetzt. So einen Hitshound. Bro, das kann doch nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein, ne? Du bist so eine kleine Ratte. Miao, Miao. Miao, Miao. Ich komme. Ich fall. Hast du runtergefallen? Ja. Ist das so, man stirbt dann echt. Ist das krass. Ich wäre einfach runtergefallen. Wie wake ist das denn? Ja, 1-0 für mich, ne? Würde ich sagen. Ja, Bro, das zählt doch nicht. Hä? Warum zählt das nicht? Bro, du bist so... Ja, weil ich nicht wusste, dass man runterfliegen kann. Ich habe es mir vor 10 Sekunden gesagt, dass... Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Hey, Bro, what the fuck? Ja, 1-0 für mich. Passt schon. Weißt du, so gewinnst du deine Runde. Du wüsstest sogar ein, dass du gewonnen hast, so auf der Art. Ich werde eh auch nochmal runterfallen. Oh, mein Gott, wo bist du? Oh, GG's, Bro. Weißt du, ich komme wenigstens aggressiv und camp nicht so wie du. Ich dachte, wir dürfen uns noch Aufsätze kurz drauf machen und dann machen wir. Du hast dir Aufsätze drauf gemacht? Ja, nur schneller ambisieren, hä? Bro! Kann man doch machen, hä? Kann man... Hast du nichts dazu gesagt? Muss ich machen! Dann ohne, dann ohne, okay. Ich weiß nicht, ist du jetzt drauf? Ich konnte jetzt eh nichts drauf, meine Zeit. Nein, ist nichts drauf. Man muss jede Runde neu machen. Echt jetzt? Ja, ehrlich. Also muss man jetzt hier hingehen und jede Runde... Müsste man jede Runde neu machen. Warst du jetzt gerade drauf? Nein, nein. Fickst du das drauf gemacht, ne? Nein, ich habe nicht drauf gemacht. Ich schwöre, du hast drauf gemacht. Ach, du Scheiße. Das war's. Oh mein Gott! Hast du drauf gemacht? Jetzt ist eh wieder weg von dir. Jetzt ist eh wieder weg. Ja, ich hab drauf gemacht, du kleines Schwein. Hast du, ne? Ja, ich habe es drauf gemacht. Ich habe ohne gemacht. Warst du ein großer? Bis wann willst du nicht spielen? Bis 10 oder was? Ja, bis best of 13. Best of 13? Ja, klar. Sonst geht es ja nicht auf. Best of 10 ist 5,5 dann, weißt du? Ich mache jetzt den Maxi, weißt du? Was ist denn der Maxi, Bro? Abcampen und schauen. Ach so. Oh, ich bin runtergefallen. Bist du ernsthaft? Nein, bist du nicht. Nee. Oh mein Gott. Ich bin einfach fast runtergefallen. Ja, komm doch, Großer. Zeig dich. Oha. Oh shit, Digga. Bro. Oh mein Gott. Hab ich verkackt. Ja, da ist der Headshot-Snipe. Ja, Statement dazu, Maxi. Glück gehabt. Hab ich dir gegönnt. Wie steht es? 2-2, ne? Und einmal bist du runtergefallen. Ach du Kacke. Ich weiß jetzt schon, was ich mir anhören darf. Wenn ich die Runde gewinnen sollte. Ich bin einmal runtergefallen. Ja, das ist schädlich. Bro, ich hänge fest. What the fuck? Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Angle hast du. Digga, es ist so weird, dass alles so schräg ist, Bro. Ja, ne? Ich komm mir vor, jetzt hab ich betrunken. Ja. Be, 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 be. Oh mein Gott. Hallo. Nein. Ach komm, du bist so eine Campersau, ne? Du traust dich aber auch nicht hinter den Kuss. Ey, ich war doch eben doch unterwegs. Jedes Mal, wenn man geht, verliebt man. Das ist voll Kacke. Ist echt so. Ich glaube, es gibt Bereiche, da bist du besser am Snipe, und es gibt, glaube ich, Bereiche, wo ich besser bin am Snipe. Weißt du, ich meine? Ja, glaube ich auch. Trickshot bist du auf jeden Fall besser. Weil du hast unglaublich viel gemacht, Trickshots. Ich weiß gar nicht. So, solche Shots kann ich, glaube ich, besser als du. Komm noch. Oh mein Gott. Jetzt willst du es mir beweisen, dass du besser bist, ne? Ne, ne, alles gut. Ich traf eh nicht. Oh mein Gott. Ich hab deinen Gang mit Predicted, Großer. Ich wusste, die ist jetzt um die Ecke. Ich hab's gewusst, du würdest jetzt kommen. Hey, ich muss mich jetzt mal anstrengen hier. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Es hat gelagt bei mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist schon wieder runtergefallen. Weißt du, er will mir einfach, er will mir einfach Kill schenken, wisst ihr? Bro, es hat übel gelagt. Ich hatte Windows-Update. Von, von drei eben? Oh mein Gott, ich muss mich wirklich anstrengen. Bro, ich hab mich so auf den Schatz selber gelegt. Was ist das? Ich hab dich erst einmal geholt von drei. Ja, voll peinlich, Mann. Also für mich jetzt. Naja, voll peinlich für dich. Der Egeil. Oh nein. Ey, ich schneid es raus. Ich schneid einfach alles raus. Ich schneid einfach mein Gameplay und dein Gameplay gespiegelt. Wir haben euch unterschiedliche Skills an. Freunde, falls ihr wundert, ich hab Max in meinen Account gegeben, dass er auch mal Renegade Raider spielen darf. Boah, danke, Fix, dass ihr endlich mal Renegade Raider spielen darf. Hä? Ja, alles gut. Oh nein. Oh, let's go. Aber die Seite, wo du standest vorhin, ist echt besser als meine. Ja, das kann gut sein. Let's go. Interesslich, Fix. Ehrlich, warum machen wir so welche Aufnahmen, Bro? Die Leute interessiert das deswegen, ne? Ja, die Leute wollen sehen, wer der bessere Sniper ist. Das ist einfach so. Das ist krass. Deswegen müssen wir das spielen. Ich hasse das, Bro. Okay, warum? Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Mir ist egal, wer besser ist eigentlich. Ja, mir auch. Oh mein Gott. Ey, warum machst du da hinten? Ey, bist du doof, Junge. Warum bist du da gespawnt? Diagonal, wir spawnen immer auf der selben Seite die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ich glaube, die spawnen sind random. Boah, bist du doof. Er wollte den Spawn abcampen und kassiert eine Schelle dafür. Ist das frech. Das habe ich so fronted hier. Okay, drei Runden noch, ne? Wer die nächsten zwei gewinnt, hat gewonnen, glaube ich. Ich gönne sie dir. Okay, Maxi, lass mal eine über die Minuten. Komm. Er steppt irgendwo da vorne. Ich gehe mal kurz hier nach drüben. Da oben war er. Piekt da rechts, piekt da links. Ich weiß es nicht. Er piekt wahrscheinlich rechts. Er wird pushen. Oh mein Gott. Oh, getradet. Da ist das Kacke. Er rennt weg. Warte, ich kann hier hochgehen. Nein. Oh. Oh. Oh, let's go. Junge, hast du das Gewinn? Ich kenne es dir. Okay, lass nochmal eine Runde muten, oder? Okay. Finale Runde vielleicht. Du warst, du beleidigst nur. Ich war es. Oh, ich weiß nicht, wie man geil hingehen kann. Oh mein Gott. Ich fahre gleich wieder runter. Wir machen beide Los. Kommst du, wie so Idioten? Für 60. Oh mein Gott. Wo ist das denn tot? Das ist doch kacke. Ich muss extra pushen auf Coole. Oh mein Gott. Ich habe auch Trickshots versucht. Ja, ich sage mal so, ne? Unentschieden, ne? Eigentlich unentschieden, weil du dich zweimal umgebracht hast. Ja, ja. Oh Mann, wie scheiße. Ich höre dir, das hast du mit Absicht gemacht, ne? Ohne Scheiß. Angerichteter Schaden 1448. Erlittener Schabro. Es ist halt einfach gleich. Wir haben exakt unentschieden gespielt. Ist das krank. Freunde, okay. Ihr dürft entscheiden, wer gewonnen hat. Schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn wir nochmal ein Sniper-Battle machen sollen, schreibt uns, was für ein Sniper-Battle wir machen sollen in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Und denkt dran, den Crater-Comp-Fix in den Item-Shop einzugeben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Maxi, danke fürs Mitspiel. Bis dann. Ciao. Und ich bin der bessere Sniper, Leute. Ich weiß es ganz genau.